und damit ein herzliches willkommen zu einer weiteren folge von the forest und wir stehen noch hier auf unserem baumhäusli oder in unserem baumhäuschen und gucken jetzt erst mal ob wir noch mal eine runde schlafen können damit es wieder hell ist ja bingo bongo ja wohl das glück ist mit den dummen jetzt steigen wir erst mal hier runter und müssen mal gucken dass wir hier alter weiter erst mal wieder steine sammeln und wir müssen dringend was essen würde ich mal behaupten ja wir hauen uns doch mal so ein ding hier auf den dings so ein bisschen was bisschen was köcheln pilze werden uns keine reinziehen das hatten wir beim letzten mal schon das war nicht so gut da muss man also von kotzen tschuldigung erbrechen so steine essen ein reh steht im walde ganz still und stumm so warte wo ist unser essen ich kann essen zack leckerchen leckerchen aber wir müssen noch bald kakiti triti wir müssen bald sag mal schnell jetzt komme ich nicht drauf vertrinken wir brauchen flüssigkeit also wir müssen uns hier mal so ein komisches teil bauen können wir nicht mehr mitnehmen ja trinken ist gar nicht so lustig wir sind noch so hier sind noch ganz viele steine supi finde ich mal richtig gut ok stöcke nicht wir werden mal gucken dass wir die mauer hier heute auf jeden fall noch fertig bekommen ob das dann so sein wird weiß ich noch nicht aber zieht doch schon mal und noch einer ach komm jetzt da ist er doch so 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 zack cool also sieht ja schon mal ganz nett ob wir haben die fast fertig die mauer ok stein zack wir brauchen noch 18 steine ok das sieht gut aus ok da sind wir über die steine versteckt schwapp aha da auch noch ja ich nehme dich mit du kleiner stein also ich kann ich nicht mehr mitnehmen ok ok wir müssen aufpassen dass wir hier nicht gleich netten besuch bekommen ah jo ah ah steine steine wow hier sind so viele steine da könnten wir ach bis zum sang nimmerleins tag mitbauen da dadadaa warum kann der mal so wenig steine nur mitnehmen ist doch total bescheuert nach sieben stück normal laufen nur weil er hier nur vier steine mitnehmen kann weg mit ihr stürzt meine sicht da ist noch ein stein und hier ist eine spinne spinne ich glaube ich bin drei mal gucken wie viel können wir tragen drei ich hab fünf stück ne fünf stück da ist eine fünf stücke mitnehmen super super 5 noch einer da ist er doch da ist der letzte stein wir brauchen dann ist die mauer soweit fertig war cool so das hätten wir schon mal die erste mauer fertig das finde ich gut wir wollen immer noch keine pilze ich möchte gerne ach da ist das warum sind das jetzt hier im brötchen warte mal bin ich jetzt total baller im kopf oder wird ist unser feuer jetzt kaputt gegangen oder was ich glaube takt war ok so dann haben wir das so das haben wir schon mal jetzt müssen wir mal gucken dass wir wo ist unser buch food und wasser hier dieses ding bauen und am besten hier so hin genau zack okay wegen ne ihr wisst schon so genau wegen okidoki also das finde ich schon mal cool hier wir sollten uns aber noch ein bisschen weiter einzäunen sondern wir mal gucken dass wir noch ein bisschen mauer ziehen wo haben wir denn gehen wir mal wieder zurück nie zur weibel schilder hat doch put it storage nee nee warte mal da rockball cool okay so dann ziehen wir hier weiter mauer damit wir auf jeden fall geschützt sind so ein bisschen und dann werden wir uns hier eine richtige kleine festung bauen mal schauen wie lange wir dafür brauchen da kommt wieder ein galerie angelaufen ich habe schon gedacht da kommt jetzt jemand hier und greift uns an aber dem war ja zum glück nicht so 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 ok ja ist ja gut bleib ruhig oh wir müssen was trinken oh wir müssen was trinken dann kommen wir ziehen uns mal alkohol rein ja kann man den tag besser überleben nein wir gucken erstmal wir brauchen noch ein paar steine 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 so das ist eigentlich eine sehr schöne ecke hier hier können wir bestimmt viel bauen ja ja so oh ein eichnucknuck iday �p hatt habe ich da was nein habe ich nicht was zu trinken haben wir nicht ne hat doch nicht geregnet wie sollte es auch anders sein aber wir brauchen auch noch rüstung Wir müssen dann also dringend mal hier. Zack. So. Und wenn wir dann... Oh, schöne Vögel. Ja, sieht doch schon ganz nett aus, was wir hier haben. Ja, die Mauer ist ein bisschen klein hier. Ich weiß, ist ein bisschen klein geworden. Können wir auch weiter eigentlich hier rüberziehen, aber... Ja, wir müssen mal gucken. Hier gibt es, glaube ich, doch was, um Steine einzusammeln. Sonst müssen wir hier tausendmal laufen. Wäre natürlich auch doof. Aber ich glaube, das wird ganz cool, wenn wir das hier so weit haben. Ja, das ist cool. Das wird schick. Dann machen wir uns das nämlich hier schön zu. Damit uns die Eierköpfe nicht angreifen können. Ja, wir müssen mal gucken. Warte mal, wo ist denn das? So, ja, wir haben das. Defense. Ja, die Fans. Custom Building. Skin Rack. Nee, nee, nee. Ah, hier. Rock Holder. Können wir den bewegen? Acht Stück. Hm. Wahrscheinlich nicht. Äh, jetzt fehlen uns Stöcke. Okay, uns fehlen Stöcke. Äh, zwei Stück noch. So. Gut. Okay, aber den können wir nicht mitnehmen, ne? Ah, da können wir dann die Steine reinballern. Die wir gesammelt haben. Okay, die Idee an sich finde ich ja nicht schlecht. Können wir zwar nicht jetzt mitschleppen, wie ich mir das so oft habe. Hier so ein Schlitten. So ein Sled gibt es nicht. Schade, dass wir da so ein Ding nicht haben. So ein Schlitten für Steine. Das wäre es noch gewesen. Katapult. Defense Wall. Okay. Hm. Okay. Äh, hilft alles nichts. Wir gucken mal. Haben wir hier einen Baum? Können wir da vielleicht so ein Ding rüber bauen? Warte mal. Jetzt wollen wir mal gucken. Äh, ein gelbes Seil haben wir. Schön. Die Mauer sieht cool aus da unten. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Nee. Hier werden wir leider nichts bauen können. Aber nach drüben. Weil, äh, ne? Ist der Ausgang nicht für da. Egal. Aber. Wir können uns ja hier noch weiter was hinzimmern. Wir haben ja hier noch ein paar Möglichkeiten. Äh. Äh. Treehouse. Die Fans. Was haben wir denn noch? Mhm. Was gibt es denn noch für Häuser? Okay. Hier die Mega-Hülle. 82 Baumstämme brauchen wir dafür. Das ist natürlich extrem viel, ne? Würde ich mal so behaupten. Da, 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 da. Und diese Treehäuser. Wenn wir da noch was zimmern. Warte mal. Wirst du mal eben gucken. Wo haben wir die? Da, da bauen wir wieder ein Seil. Haben wir ein Seil? Äh, nee. Haben wir nicht. Haben wir wieder nicht. Ja, war klar, dass wir das nicht haben. Wie denn auch, ne? Wir erst mal eben schnell was. So, wir werden erst mal schauen, dass wir uns hier noch weiter Mauern ziehen. Das finde ich nämlich echt, äh, falsches Knöpfchen. Die Fans sind da, so. Aber da, aber da sollten wir vielleicht hier hinten anfangen. So. Ah, wir können hier auch nach oben ziehen. Cool. Cool. Aha, dann können wir das hier hochballern. Nee, will ich aber nicht. Na, oben will ich das nicht ziehen. Wir ziehen das dann. Hallo? Hallo? Okay, wir sammeln mal ein bisschen ein, so. Ähm, die möchte ich gerne hier rüberziehen. Jetzt gib mir das Ding in. So. Nee, so. Das will er nicht. Merkt ihr was? So, dann gucken wir mal. Zack. Und eh. Ja, das, äh, ginge, ne? Würde ich mal sagen, oder? Wie sieht das aus? Ja, das ist doch okay. Haben wir den Baum hier ein bisschen ausgegrenzt. Meine Fresse, sind hier viele Rehe. Alter. Warte mal. Ach nee, wir haben hier noch genug zu essen. Wir müssen nur mal gucken, dass wir noch ein bisschen zu trinken irgendwie finden. Und Steine sammeln dürfen wir jetzt. Ganz viele. Da freue ich mich ja richtig drauf. Das wird die Steinsammler-Folge. Da, 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 da. Alter, da können wir sammeln, bis der Arzt kommt. Gut. Das Ding hätten wir uns auch sparen können. Da kommen wir sowieso nicht zu. Ich bin hier echt, also, es ist viel zu still. Mal ganz im Ernst. es ist so still dass es schon beängstigend ist aber wir machen jetzt erst mal noch schubmauer da ist noch ein stein jetzt verlassen und da ist ein großes loch so dann geht es jetzt hier mal weiter da ist ein stein mühsam ernährt sich das eichhörnchen so und essen danke so ist mit essen und rüstung danke cool dankeschön so kacke die sind einfach schneller als wir aber hier ist auch keine lust dahinter herzulaufen und ich will jetzt auch keine pilze essen so wir müssen noch ein paar steine haben und da hacke noch mal so hier sind ganz viele hallo scheiße nicht getroffen habt ihr das gesehen voll vorbei gezimmert mann kubus ich muss ja zielwasser trinken damit wir datiert das geht ja gar nicht also hier steine steine hier sind ganz viele so und wir zurück oder sondern einer kümmerlich mitnehmen aber klar wie soll es auch anders sein da aber hier die ecke klima fertig jetzt kommt so erst einmal fertig wow wir sind nicht schlecht ne will kommt so schaffen wir das noch vor der dunkelheit wir werden uns mal bemühen tut mir leid aber wir kommen der sache näher wir sind nichts mehr zu essen mitnehmen aber die was was hier los was hier los nichts okay dafür haben wir aber jetzt schon mal wieder rüstung so hier sind steine und wieder zu unserer mauer und wieder zurück aber es sieht schon mal nicht schlecht aus kommt wir sind auf einem guten weg würde ich mal so behaupten auch hier sind ja neue steine die wachsen hier die steine hier wie geil ist das denn die wachsen hier hier wachsen steine wir haben hier alle weg gepflückt das weiß ich ganz genau ja das finde ich doch mal richtig da müssen wir nicht zu weit laufen sondern sechs stück dann haben wir es okay zack zack und den auch noch ob ein kleines putzel den kannst du behalten so okay haben wir auch fertig noch drei stück da ist nur einer den haben schon gesehen ob das an einer 2 4 3 4 5 so und dann kriegen wir das stück mal ohne vielleicht ja fertig ja noch zwei zwei steine hier ist noch einer und da ist noch einer wo dann haben wir das geschafft kinders guckt euch das mal an ich glaub's ja wohl nicht so stark wir haben schon mal so ein bisschen mauer hier hingekrischt so müssen wir mal gucken was gibt es denn sonst noch was wir bauen können könnten nee 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 ja okay weapons das ist cool tools wir können auch close und to ropes ja das ist voll cool aber jetzt langsam wird es dunkel und wieso hat da sind wieder jede menge steine so dass wir auf jeden fall wir machen erstmal hier ein feuerchen an damit wir nicht sogar als apropos feuer da gab es doch so halt da gab es doch noch genau diese teile hier und dann brauchen wir wieder steine für steine steine und steine und ich komme ja mach mal hier man sieht ja sonst nix da ist nicht trocken genug haben wir ein bisschen licht da sollte man vielleicht noch die ein oder andere aufstellen hatte mal eben wusste so zack wir haben ja genug klamotten nur steine haben natürlich wieder keine doch hier sind steine 123 so das machen wir noch eben schnell bevor ich mir vielleicht in die hose mache vor lauter schiff dann haben wir nämlich ein bisschen licht und wenn die baller köpfe kommen sollten dann geht nix hier mehr dann sehen wir es auf zumindestens dann können sie sich nicht von hinten ran schleichen so wir machen das unsere lämpchen aus wir haben ja jetzt ein bisschen licht das sieht gut aus oder jetzt fall hier nicht runter das ist auf jeden fall viel zu ruhig hier das macht mir echt angst aber egal können wir hier oben eigentlich auch jetzt mittlerweile mal was hinsetzen so nee ne war klar naja okay war nix war nix was haben wir denn noch wir können uns ja was hat denn wir können jetzt mal eine runde schlafen gehen müssen wir sind ja relativ weit gekommen wir haben ordentlich mauer hier gebaut wir haben steine ohne ende würde ich jetzt mal so sagen eichhörnchen haben wir auch ohne ende werden wir uns hier noch richtig schön ein 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 kerkern so dass man uns hier nicht unbedingt angreifen kann und dann werden wir mal gucken ich habe das gehört aber da war ist dann doch nichts wir müssen dann halt gucken wir brauchen was zu trinken wir müssen noch mal auf die reise gehen weil ich möchte unbedingt dieses katana schwer noch haben aber halt die klappe aber das werden wir dann beim nächsten mal sehen speichern erst mal ab schwupp so und dann würde ich sagen mache ich an dieser stelle einen kleinen break bedanke mich ganz herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder einschaltet bis dahin tschüss tikowski tschüss